In Elchingen entwickeln und produzieren wir hydraulische Komponenten und Systeme für mobile Arbeitsmaschinen. Zusammen mit Fertigung und Montage sind alle relevanten Unternehmensfunktionen an diesem Standort vereint. Von der Entwicklung bis zum Vertrieb und Service, vom Einkauf über Personalabteilung bis zur Geschäftsleitung der Business Unit Mobile Hydraulics. Jahrzehntelange Erfahrung hat einzigartige Fähigkeiten hervorgebracht, die uns einen echten Wettbewerbsvorteil bringen. Unsere Hauptprodukte sind die Axialkolben-Einheiten. Als rhodostatische Getriebe sind sie der Antrieb für viele verschiedene Anwendungen. Eine wesentliche Grundlage für ein hohes Qualitätsniveau sowie die Produktlebensdauer unserer Axialkolben-Einheiten ist neben der hochgenauen Zerspannung unser einzigartiges Know-how im Bereich der Wärmebehandlung. Mit Industrie 4.0 befindet sich die gesamte Produktion im Wandel. Hierbei ergeben sich für uns eine Reihe von Möglichkeiten, um das Potenzial der Digitalisierung sinnvoll einzusetzen. Zunehmendes Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine macht unsere Arbeit schneller, einfacher und effizienter. Ein weiteres Beispiel für Industrie 4.0 an unserem Standort ist die laufende Erweiterung unserer hydraulischen Prüftechnologie. An unseren Prüfständen stellen wir jede Einheit nach Kundenspezifikation ein. Wir haben einen Sensor integriert, um die akustische Signatur jeder Einheit aufzuzeichnen. Die Auswertung wird von einem selbstlernenden System auf Basis von künstlicher Intelligenz erstellt. Auch die Logistik wird digital, vor allem im Bereich Planung, Informationsfluss und dem physischen Transport. Auf der Testschrecke und dem Rollenprüfstand haben wir ständig eigene Erprobungsträger und auch Kundenfahrzeuge im Einsatz. Die enge Zusammenarbeit von Entwicklung, Vertrieb, Einkauf und Produktion beschleunigt Entwicklungsprozesse und Kundenprojekte. In Elchingen legen wir in allen Bereichen großen Wert auf Zusammenarbeit. Zielgerichtet, schnell und immer mit Hochdruck. Dabei entstehen neue Ideen für neue Produkte, die immer öfter auf Software, Daten und Konnektivität beruhen. Es geht nicht nur darum, wo wir heute stehen. Es geht vor allem darum, wohin wir gehen. Und da sind wir auf einem guten Weg.